das ist viel für den ersten tag nicht zu fassen dass ich hier doch aber wir sind hier herzlich willkommen meine lieben hier ist der opa mario der alter sagt von holst und tv und ich wünsche natürlich wie immer gute unterhaltung auch in dieser neuen folge bei og gott lecker sie die zwei lange ohne was du klinger oder bb Interessantes Ding hier, ey. Ja, wo ist der Bruder? Wo stehe ich denn hier? Was ist das? Wer hier wohl gelebt hat? Rebellion. 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 Die brauche ich doch auch. Rebellion. So. Ich werde das noch mal. Nein. da lassen wir noch mal gucken da waren alle truppe drinnen da ist was da drinnen aber wie kommt man da rein noch nicht oder was noch nicht ja wo ist der Bruder keine Ahnung wo der Bruder sein soll keine Ahnung wo der Bruder sein soll ne ja ja Das war's für heute. hier ist mir in so einem kleinen dorf wohl ergehen würde schön das geschäftige treiben die armen kunden trauen sich gar nicht raus zu gehen hallo madame bowman gute nachrichten ich konnte rennrocks lager sie haben sie davon gejagt na so ich konnte sie überrumpeln ja wenn mein bruder wiederkommt wird ihnen das die welt bedeuten sie haben unser dorf gerettet das werde ich ihnen nie vergessen ich habe wirklich angst um die anderen dörfer rennrock und seine leute sind anders als alle kobolde die ich je gesehen habe was verkaufen sie wonach suchen sie danke vielmals wirklich das wird ihnen gefallen eine gute wahl wunderbar davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen also ich werde ein So. So, anziehen. Da waren zwei Sachen bei, die deutlich besser waren. Und da haben wir ja gesehen, dass das... Oh! 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 Okay. Vielen Dank. Gut. So. Oh. Vor der Stufe 17 ist natürlich noch ein bisschen, ne? Angriffe. Ja, die Höhle suchen wir noch. Vielleicht finden wir ja was. Ey. So tief runter. Dann steht ja auch ein schöner, einsamer Turm. Ja, auch interessant. Was ist das? Zombies, vor allem. Ah? Okay. wo krieg ich die kohle ja wasser sehr gut ist wenn wir nur so rumrennen würden dann hätten wir jetzt nicht gefunden gar nix schloss stufe 3 stufe 1 oder nicht die kann ich sowieso nicht kann kann ich das aufmachen so 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 Oh.